Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Dieses Jahr sind die Arbeitsbedingungen ganz schlimm. Ich kann fast nichts sehen. Es ist überall so dunkel und dann noch der Nebel. Ja, dieses Jahr dürfen die Leute nur so wenig Strom wie möglich verbrauchen. Also machen sie nur wenig Licht an, um Energie zu sparen. Schrecklich! Letztes Jahr waren wir die ganze Zeit nur draußen. Keiner hat uns ins Haus eingeladen. Wir hatten so viele Probleme mit der Mundschutzregelung. Diese verflixte Masken. Du musstest dir sogar ein spezielles Modell nähen lassen. Und in diesem Jahr haben wir schon wieder ein anderes Problem. Normalerweise reicht deine rote leuchtende Nase und ich kann bei hellem Licht problemlos überall hinfahren. Aber jetzt ist deine rote Knolle zu schwach bei diesem Lichtmangel am Himmel. Was werden wir tun? Weihnachtsmann! Kein Problem! Ich habe meine Kollegen aus dem fernen Osten gerufen. Und sie werden uns helfen. Gibt es noch mehr rotnasige Rentiere auf der Welt? Wirklich? Ja, sicher. Wir bringen warmes Licht in die Herzen der Menschen auf der ganzen Welt. Oh! Da, da Zinziah! Da, da Zinziah! Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018